Ich freue mich, dass ihr der Einladung gefolgt seid, einer Idee von Nick Richter aus Haltenau. Er sagte, man sollte was für die Vergessenen des vorigen Jahres machen. Wir haben es gemacht. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir begrüßen ganz herzlich unseren Jugendchef von Deutschland über 20 Jahre, jetzt auch der ehemalige, Robert Bündelutz, herzlich willkommen. Vielen Dank. Und wir müssen also die neuen Mannschaften heute hier sehen. Und wir wollen nicht nur sehen, sondern wir wollen ordentlich ein Ausfallspiele sehen. Zusätzlich muss ich noch einen Ehrengast begrüßen, der aber gleichzeitig heute als Schiedsrichter formuliert. Das ist unser Sportfreund Frank Neuland von Klopp-Schneider. Er ist seit kurzem Mitglied des Präsidiums für das Gehtscht vor Ort. Damit haben wir in Sachsenwilm mehr Gewicht bekommen. So, nun übergebe ich zur Begrüßung und Eröffnung ein Grünen-Witz. Und wir können immer wieder nach Dresden kommen, ob es deutsche Pokalen ist, ob es deutsche Meisterschaften sind, ob es U16 sind. Was darf nur für das Recht, herzlichen Dank an dich. So, bedanken darf ich mich auch, weil wir es bei Heidenau, der hier diese deutsche Meisterschaft bei U16 organisiert hat. Und auch mein herzlichen Dank an Heidenau. Dann gibt es für mich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich kann nur eins machen. Ich kann die deutsche Meisterschaft, die erste deutsche Meisterschaft, der Mensch mit U16 hier mit als Eröffnung erklären. Vielen Dank. Die Sönne beginnt an buntlich um 10.30 Uhr. Der 16.5. hat sich bereit erklärt, auf Bild 1 zu schießen, das heißt nur die Schiedsrichter. Lieben Richter bis Gugelmann, Schreiber bis Gugelstellen, aber der Schiedsrichter bleibt ruhig erspart. Auf Bild 1 wird also ein Wettbewerbsschiedsrichter aus Sachsen da sein. Bei mir kommen, ich ver bet images und bei mir bei der Schiedsrichter zu einsch Disphaben. Damit nöd � جadig als die Rolle nach Technik in M зр.